Sonntagnachmittag Tralala So, we close the bügel and then we start now. We make it a little bit in English. I hope you can see me. Ich hoffe doch. So dille, so dille. Wir haben die Liste. Meine Damen und Herren, ladies, ladies. Ich bin bereit, pour Hidden. Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, tan, tan Tan. Tan 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 Ah, kack, jetzt gewollt das wieder, oder? Ah, kack, jetzt gewollt das wieder, oder? Oh, kack, jetzt gewollt das wieder, oder? Oh, kack, jetzt gewollt das wieder, oder? Okay, dann machen wir das wieder, oder? Okay, okay. Ich mache eine Pause, das war heftig, was? Ah, schön! So, erste Runde war zum Warnwerb, meine Damen und Herren, sehr schön. Ah, schön! Ich würde sagen, wir machen das ein bisschen schneller, oder? Ein bisschen doller, ein bisschen geiler, ein bisschen schöner. Ja, ein bisschen mehr, komm, komm! Ich würde sagen, wir machen das ein bisschen schneller, oder? Oh, ich würde sagen, wir machen das ein bisschen schneller, oder? Ja, das war es so, irgendwie. Die Grüße, die Grüße, die Grüße, die Grüße. Sind wir uns dann eigentlich auf die Größe? Kommt's nicht an, oder? Echt? Ja! Damit wir aber sehen, dass wir fern sind. Nein! Kurze Pause! Wie sieht's aus? Wollt ihr noch mehr? Wollt ihr noch mehr? Ja! Ich hab von oben gehört, irgendwas mit Ja! 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 Alles klar, warte! Wir machen noch ein bisschen mehr! Ja, ja! Wir sind in der Zeitpunkt. Aber kurz vorne, wir kommen wieder ab! Ja! Und wir oben, wir oben, wir sind in die Tübe! Wuuuuh! 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 So! Arme Beine nach vorne strecken! Wir sind noch nicht fertig! Guck mal, die beiden Herren machen das wunderbar vor! Die Dame so... Wuuuuh! Wuss ich jetzt? Sie sollen kein Gespenst sein! Sie sollen die Arme und Beine nach vorne strecken! Wuuuuh! Sag mal! Ja! So! Das sieht super aus! Ganz nach vorne! Ja, ja! Nach vorne! Ja! Wir machen es direkt so wie sie das sehen! Ahhhh! Schön! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Wuuuuh! Alles klar! Alles klar! Was für die ganze Nacht! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Sie können aber auch mal wieder fahren! Sie können aber auch wieder fahren! Wow! Siege das mal ein, Alter! Geil! Wir haben es geschafft, bis zum nächsten Mal, gehen wir hin. Sie haben es geschafft, guck mal. Dann würde ich Ihnen jetzt sagen, dass wir noch langsam gefahren sind. Die alten Reise. Untertitelung. BR 2018